Kennt ihr noch Kai und Stefan? Sie treffen sich nach Jahren wieder. Stefan hat's in Dubai weit gebracht. Tolles Auto, tolle Klamotten, tolle Frau. Und heiratet bald. Ich heirate bald. Kai dagegen eher der große Philosoph. Verstehst du die Richtung, die ich in der Diskussion hier einschlaube, Stefan? Nicht richtig. Manchmal ein bisschen verpeilt. Was? Ein Laden, der nicht geht. Geht ihr Laden? Nee. Alles so alt. Gespanntes Verhältnis mit dem Stiefsohn. Das ist ein bisschen Ruhe und alles ist gechillt. Und seine Beziehung ist am Bröckeln. Das geht alles so nicht mehr. Aber das weiß er. Ich weiß. Zum Glück haben sie ja diese eine gemeinsame Leidenschaft. Ja, wir machen auch nicht mehr lange. Hab ich ganz vergessen, dir zu erzählen, ne? Ja. Ich kiff ja nicht mehr. Oh. Und man kann ja auch ohne Druck und Spaß haben. Ne? Also eigentlich alles total cool. Bis hier ist ein bisschen übertreiben und so ein Typ in Uniform vor ihnen steht. Guten Tag, Bundespolizei. Machen Sie mal bitte auf. Das Ganze wird sowieso wegen Krankwürdigkeit eingestellt. Das kriegt nach unten keiner mit. Es gibt hier ganz viele Experts. Sie müssen alle drei Monate Urintests abgeben. Bitte? Ich muss im Achterverstandesamt sein. Kennst du doch. Stefan? Jenny, hi. Gibt's ein Problem? Ich sehe, dass ein Polizist zunächst als Bullenfotze, dann Rosentenkönig und Kaviarnutte beschimpft hat. Und dann versucht er, ihn zu beißen. Frank beiß nicht. Hey, fragen wir mal. Was ist denn los? Die Typen haben es mitgenommen. Die Typen haben es mitgenommen. Die Typen haben es mitgenommen. Und da, da, da. Jenny? Sicherheitsleute, komm. Lauf in die eine Richtung hinten raus. Fuck. Und die Scheißfotze. Und das nicht. Lukas Grigorowitsch und Moritz Bleibtreu Alexandra Neldl Also wenn du jetzt sagst, du um Fick gut, dann hast du das ganze Bier im Gesicht. Wotan Wilke Möhring Antoine Mono Junior Ja, du hast Nerven, ungefickter Wahl! Sag mal, ist das haschisch? Und Elmar Wepper Ja In Lombok Sag mal, sieht doch top aus, was willst du denn? Super Demnächst im Kino Sag mal, sieht doch aus, was willst du denn?